Hallihallo zu Perfektan Zero. Ach ja, die Waffenwechsel zwischen Pistole und der hier. Ah, okay. Hat sie nicht gesagt, das nenne ich mal eine dünne Wand? Man könnte sich da durchsprengen, um in den Tresorraum zu kommen. Das Problem ist, dass ich hier überhaupt nicht sehe, wo das sein soll. Was war denn öffnen? Ach, in Deckung gehen. In Deckung gehen. Hm. Merkwürdig. Das nenne ich aber eine dünne Wand. Man könnte ihn da sprengen und gedünst, also nicht gesehen und so weiter. Ach, wo soll es denn sein, die dünne Wand? Ach, da ist der. Ach so, hier. Ach, meine Güte. Jetzt ist das Explo-Key dran. Ähm. Also muss ich jetzt etwas besser reagieren als vorher. Der Koffer. Das dürfte Tegler glücklich machen. Geh jetzt zur O-Bahn. Da ist dein Fluchtweg. Tür ist verschlossen. Tür ist verschlossen. Okay, ich brauche eher eine Linie. Das ist diese Musik, die mich jetzt hier beglückt. Ach, das könnte hier sein. Ist das nicht praktisch? Die U-Bahn gleich um die Ecke. Ich bin doch schon draußen. Die Verstehendheit. Laden. Laden. Ich habe einen Evakuierungspunkt für dich. Geh runter durch die U-Bahn. Bin ich doch schon hier. Du musst eine ruhige Hand haben, um diese Schlösser wegzuschießen. Du musst eher eine ruhige Hand haben, um die Gegner zu treffen. Das sieht so sehr aus wie Railgun-Shooter. Auch das ganze Prinzip. Man macht ja nichts anderes, außer die Leute wegballern. Und ansonsten habe ich nichts Großartiges da gesehen. Ab und zu ist mal das hier. Also für in Deckung gehen. Hallo. Meine Güte. Das gibt es doch gar nicht. Geh weiter runter, Joe. Ja klar, die stehen da und schießen auf mich. Da gehe ich auch weiter runter. Aber es gibt wirklich überhaupt nichts, was man hier suchen könnte oder finden könnte. Weiter runter. Okay. Ich würde aber doch gerne sehen, was da ist. Es kann auch sein, dass ich das vollkommen verkehrt spielen hier. Dass das Erkunden hier also nicht primär Sinn der Sache ist. Die Tür ist verschlossen. Okay. Ja, es ist wohl so ein bisschen die Illusion eines Open-World-Spiels hier zu machen. Es gibt ja nicht überhaupt nichts zu finden. Das ist zwar alles Deckung und so, aber vielleicht ist das das, was dieses Spiel heutzutage ein bisschen öde macht. Das ist, wenn das auf Schienen ablaufen würde, dann wäre es einfach ein Railgun-Shooter. Vielleicht waren die Leute auch deswegen ein bisschen enttäuscht von dem Spiel. Lök-lök-lök-lök-lök-lök-lök-lök-lök-lök-lök-lök-lök-lök-lök-lök-lök-lök-lök-lök-lök-lök-lök-lök. Hallo? was ich heutzutage bei dem modernen schuss auch wirklich irritiert ist dass man nicht springen kann man geht ja wirklich durch wer beschießt mich da wird mal ein bisschen zurück ich habe ja viel energie man jetzt habe ich nur ganz kurze salven die zur verfügung hat wo es denn jetzt hin das gepumpt irritiert dann noch ein bisschen mit dieser energie da gut dann gehe ich mal lieber zum evakuieren geht es auch wenig zu suchen zieht eure beine ein weil das gehirn zu matschischießen das größte problem was ich mit diesem spiel ab ist dieses content lose das ist das ich hätte das nie von ihnen verlangen dürfen aber ich aber ich hatte keine war ich sage mal schiss bis zum nächsten video ich weiß nicht ob ich mit dem gespräch schon will ich anhören muss verzichten wir mal drauf ich weiß nicht ob es geklopft wird Okay, Leute, ihr seid fast daheim. Das Speedboot wartet einen halben Kilometer südlich von eurer Position. Keine mischt ich in meine Geschäfte. Ach, der erste Boss-Kredner war was. Warum ist er nicht gesprungen? Ach, nee. Ist das jetzt der Moment, an dem ich ausschalte? Ach, muss ich denn das beschützen? Ach, nee, bitte nicht. Ähm... Meine Güte, du musst auch schnell nachladen. Ähm... Ach, ich muss da lang. Mach das Ding mit deinem Schlussrengs auf. Mach das Ding mit deinem Schlussrengs auf. Ich meine, das gibt's doch gar nicht. Wie oft ich daneben schieße, ist das schon mal feierlich. Was muss ich jetzt hier machen? Muss ich da runter? Loading! Wenn ich gerade laden muss, dann ja! Loading again! Ist das denn? Aber muss ich jetzt hier stehen bleiben? Ach, da sitzt es aber alt, Button. Ja, wie denn? Ich bin viel zu doof. Wo sind denn meine Gegner hier? Aber jetzt ehrlich, es hat auch Spaß zu machen. Aber wenn ich ehrlich bin, hat es nie Spaß gemacht. Hallo? Ich bleibe an Ort und Stelle, bis du auf dem Dach des Gebäudes da drüben bist. Schnell, Joe. Jack braucht Deckung. Ach so, jetzt ist diese Tür aufgegangen. Meine Güte, das ist doch wirklich erfrihend neu spät sich das alles sehr. Meine Güte. Mach schnell, dir ist das nicht sicher. Ach Gott. Hallo? Kannst du mal aufhören zu laufen? Ich könnte hier Unterstützung brauchen. Ach, das macht so überhaupt keinen Spaß. Oh mein Gott, wo sind die denn? Ach, ich kann noch nicht mal hier ranzoomen und schießen, weil das dann auch wieder verzieht. Ich sag froh, dass es nur ein Beinschuss ist. Ach so, das war er. Ihr Kumpel da. Okay, ich bin bei der Reinigungsmaschine. Komm rüber. Braucht die Sniper noch? Das Snipergewehr? Ich hoffe nicht. Das Problem bei der Sache ist hier, dass man nicht sagen könnte, dass es sandwerklich nicht gut gemacht ist. Das Problem ist einfach... Ähm... Hallo Joe, du hast doch keine Höhenang auf Brutschröber. Mechanisches Interface. Benutz dein Schloss-O-Ex. Willst du das Schloss mit deinem Schloss-O-Ex sondieren? Er vibriert und blinkt, wenn du dich der kitzeligen Stelle eines Zylinders näherst. Mach alle Zylinder auf und du hast das Schloss geknackt. Verabschillen Sie sich doch mal, Mädels. Ich will sich schon hier abschillen. Meine Güte, das ist ja mal eine totale Physik hier. Physik-Engine 1+++. Ich weiß nicht. Achso, ich muss wahrscheinlich da hoch über die Leiter. Ach, von da bin ich gekommen. Ach Gott, das Ganze macht aber auch überhaupt keinen Spaß. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das noch spiele. Ich weiß vielleicht jetzt nicht, wo ich langen muss. Die ganze Spielmechanik ist, sagen wir mal, doch ein wenig merkwürdig. Ich muss wieder A drücken. Zurück. Ich glaube, ich bin den ganzen Weg wieder zurückgegangen. Ach, das ist doch nicht Essigproblemo und was ich hier... Ach. Und ich vermute mal, das war das Hauptproblem, was die mit dem Spiel hatten. Wer beschießt mich denn überhaupt da drüben? Weil nach zwei Schüssen muss ich schon mal nachladen, jetzt ernsthaft. Oh Mann. Hat der Blick ja sein A für den Decken gehen. Da bin ich auch durch hier. Ich meine, es ist ja... Ist ja ein solides Spiel. Da kann man ja nicht meckern. Man kann nicht sagen, dass es totaler Schrott ist. Achso, da war ich ja vorhin... Wo meinte er denn, warum wir drunter rutschen? Ich könnte das Dach unterrutschen. Wo war das denn gemeint? Er zeigt mir jetzt auch keine blaue Linie mehr an. Ach Mann. Ich hab's ja schon mal gesagt. War das hier? Ähm. Ja, das könnte hier sein. Da hab ich die snipermäßige Deckung gegeben, da meinte er zu mir. Ich könnte das Dach hinunterrutschen. Also jetzt wäre ich wirklich froh über eine blaue Linie. Ich verabschiede mich mal in totaler Ratlosigkeit und sag mal, bis zum nächsten Video. Ein Daumen hoch wäre natürlich wie immer super. Aber wenn ich schon manche Videos sehe, 20.000 aufrufe, 500 Daumen hoch, fragt mich, wo die sich die Videos angeguckt haben. Ciao. Hallihallo, ich heiße euch herzlich willkommen zu Perfect Tag Zero. Machen wir mal weiter. Der heutige Teil, totale Ratlosigkeit, wo ich hin muss. Ich nehme mal an, ich muss so eine Seilrutsche runterrutschen. Und hört mich gerade mal so ein. Ansonsten. Ach, muss ich da, da ein Bastet machen? Los, los, Joe. Die Reinigungsmaschine hat keinen Strom. Kannst du den Motor kurz schließen? Wo hier? Okay, da muss ich voll ab verlaufen. Hast du wirklich geglaubt, du wirst mich los? Hofft. Was ist dein Problem, Baby? Ähm. Ich bin mit dem Speedboot unterwegs. Halt auf, solange du noch atmet. Wo muss ich denn hin? Halt auf, solange du noch atmet. Mein großes Problem ist. Mach doch mal hier jetzt hier. Halt auf, solange du noch atmet. 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 Hallo, bist du doof? Bricht mit deinem Schlotzex ein. Das ist nur eine Meinung zu Thema Gesetz. Warte, schon wieder? Okay, das ist wohl auch nicht das Ziel. Wo soll ich einbrechen? Hallo? Also hier. Also irgendwie muss ich doch... Warum hat die jetzt fallen lassen, die Waffe? Ich hab's gewusst, dass die die Farbe fallen lässt. Eigentlich ist das gar nicht gemacht hier. Geh zur Anlegestelle, Joe. Schon wieder Speicherknapp? Ach, Akku stand es ja nicht. Ich hab das doch hier drauf. Hier dran. Ich will mich verarschen. Fangen wir an, aufzuladen hier. Ich sag mal, Tschüss, bis zum nächsten Video. So, nach kurzen Akku-Problemen bin ich dann mal wieder da. Dann lädt das nicht mit jedem Kabel auf, das Gerät. Da kann ich nicht jedes Kabel für nehmen. Und das ist halt durch hier einen Meter oder was das ist. Da muss ich erst mal meinen PC durch die halbe Bude zerren. Hm. Ja gut, ich hätte ja eigentlich auch einen USB-Pod 560 nehmen können. Das war jetzt wirklich eine super schlaue Tat von mir. Meine Güte. Essen Sie mehr Haferflocken. Vielleicht können Sie dann vielleicht irgendwann mal denken. Ich bin doch immer im Duckmodus. Das ging aber zu langsam. Ach, das ist gar keine Leiter. Das ist ja doch eine Leiter. Kann ich die Leiter runtergehen? Ne, das hat keinen Sinn. Ich muss so springen. Wenn das jetzt ein Naughty-Docs-Spiel wäre, würde ich mir Sorgen machen. Dass hier irgendwas gescriptet wird. Das sieht doch wieder ganz okay aus mit der Kanalisation hier. Warum will er mich hierher haben? Ich habe es glaube ich schon mal erwähnt. Wenn ich keine blaue Linie hätte, da ich folgen könnte, dann wäre ich total verloren. Was immer Ziegler gemacht hat, bringt mein Kopf voll durcheinander, Joe. Halt durch. Sobald wir in Sicherheit sind, checken wir dich durch. Los, los, los. Los, los, los. Sicher das Außengebet. Du gehst zum Treffpunkt. Los, los. Wir müssen uns erst mal stehen bleiben und rum gucken. Sernst du mit der Pistole? Schieß dich auf den Rund. Noch ein Schuss an der Rest tot. Frau, wie lange muss die eigentlich nachladen, die Knarre? Wo ist er jetzt hin? Hattest du überhaupt einen Sinn? Hattest du überhaupt einen Sinn? Na, nicht immer möglich werden. Glenn kann sich wenden. Er dreht dir den Rücken zu. Das ist deine Chance, Joe. Er schieß ihn. Dann nimm eine andere wasserverdammte Axt noch mal, aber nicht keiner. Und da schon mal rein die Fäuste. Das habe ich jetzt keine Waffe mehr? Kannst du mich mal in Deckung gehen oder gar nichts trainieren? Glaubst du denn das sicher? Nicht mehr lange. Ich habe keine Waffe, das ist ein größeres Problem. Ah, in Deckung gehen. Wovon war 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 war. Was ist denn eine Versag nach Hause zurück her? Die Chance besteht, wenn ich hier keine Munition habe. Das ist natürlich scheiße. Ähm. Kann das nicht Waffe wechseln? Wow, ich habe wieder eine Waffe. Das ist fantastisch. Wo ist er? Die hat aber keine Munition, die ich auch nirgendwo aufsammeln kann. Das ist fantastisch. Ich liebe dieses Spiel. Fantastisch. Das beste Spiel der Welt. Muss ich hier rüber gehen? Wenn ich mal rennen könnte. Entdeckung gehen. Ich dachte da wäre irgendwas anderes. Ähm. Hey, ich bin hier drüben, du Penner. Äh, wo? Du bist aus einer Schusslinie, schieß jetzt. Kannst du mal nachladen? Ich klick, 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 klick. Er geht mir auf den Sack. Es ist klick, kliick, klick, klick, klick. Das ist klick, 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 klick. Ich verstehe das ganze System nicht, dieses Endkampf hier. Doch schon wieder alle hier auf den Sack hier, aber sowas von, boah, geht mir jetzt auf den Zeiger hier. Hallo? Was mich ein bisschen irritiert ist, dass sie auch gar nicht schnell rennen kann. Sie hat nur eine Gehgeschwindigkeit. Äh, wo ist der? Oh, come on, immer wenn ich schießen will, dann klack, 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 klack. Abgesehen davon, dass die Zielautomatik, davon merke ich gar nichts, da kann man wirklich nur sagen, welche Zielautomatik. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Lass man dann das Energy auf, da wäre machbar. Hallo, danke. Du bist aus einer Schusslinie, schieß jetzt. Wo denn? Come on, ich bin total hilflos. Klack, 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 klack. Die Waffe klack, der Thomas freut sich, das ist doch wunderbar. Die Bosskämpfe sind auch schon fantastisch hier. Ich schnalle hier gar nichts. Und der Krieg hatte ausschießen. Was ausschießen? Was ausschießen? Halt schnell! Er dreht dir den Rücken zu, das ist deine Chance, Joe. Erschieß ihn. Wen denn erschießen? Warum erzählt er mir, er würde mir den Rücken zudrehen, ich könnte ihn erschießen, es wäre meine Chance oder was weiß ich. Ich verstehe es nicht. Glöck, 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 glöck. Hallo? Das ist doch eine Scheiße. Glöck, 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 glöck. Alles okay mit dir? Geh mal hoch, du scheiß Balken. Gau! Ich verstehe, muss ich auf die roten Lichter schießen da, oder auf was muss ich da schießen? Leid mal von alleine nach, dann hast du wenigstens geladen, dann weiß ich es auch. Ach, come on! Es wird Wärme! So geht es an. Äh, what? Schusschutzabzug ist im roten Bereich, Jack! Wir haben sie verloren! Ich habe ehrlich gesagt noch keine Lust mehr, das ist... Was ein Schrott ist das denn? Wollen die mich verarschen? Was ist das für ein Müll? Warum bin ich jetzt eigentlich kaputtgekommen? Was war das Ziel der Sache? Muss ich auf den grünen Knopf schießen? Was ist das Ziel? Was wollen die von mir? Oh, jetzt fange ich da wieder an! Ernsthaft? Gott ist mir schlecht! Jetzt kann ich den ganzen Mist von vorne machen! Lass euch mal irgendwo in Deckung gehen! Gehen Sie in Deckung, Herr Lipowski! Jetzt gehen Sie mal so, dass Sie was sehen, Herr Lipowski! Jetzt gehen Sie mal hinter diesen Teil, Herr Lipowski! Ach, come on! Ja, klick, 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 klick! Ich habe gleich einen Bock mehr hier! Lass uns was scheiß Waffen, die ich da hab! Kannst alle in die Tonne treten! Klick, 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 klick! Dreimal gesossen, klick, 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 klick! Ach, come on! Bist du aber fertig da? Ich sehe auch nicht, ob der noch am Schießen ist! Wir warten mal, wir warten mal! Wir hatten uns die abgewohnt! Wir hatten immer noch, und sie hat gewohnt! Und immer noch warten, und sie hat gewohnt! Ach, was ist denn los, hier? Klick, 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 klick! Aber ich mache mal Pause und sage mal Schüss bis zum nächsten Video! Ich weiß noch nicht, vielleicht ist das so das Spiel! Meine Güte, macht ja überhaupt keinen Spaß! Das ist das Problem bei der Sache! Es ist so spaßfrei! Man ballert sich durch die Level durch, dann klick, 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 klick! Es gibt nichts zu suchen! Die Story ist scheiße, sagen wir mal! Die Grafik ist mittelmäßig! Das Einzige, was fehlen würde, ist, wenn die jetzt automatisch durch die Gänge laufen würde! Man würde nur das Fadenkreuz lenken! Dann wäre das ein optimaler Raygun-Shooter! Ich sage mal Schüss, bis zum nächsten Video! Bleib in Deckung, Joe! Klack, 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 klack! Wo ist der denn schon wieder? Warum auch mich zu schießen? Don't shoot, don't shooting me! Komm, er muss jetzt nachladen, ernsthaft! Klack, 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 klack! Ich hab das Gefühl, ich mal...